Hey Rowdy, lass uns heute angeln gehen. Los, komm! Ich bin bereit, Rowdy. Ich werfe die Rute aus und fange einfach einen Fisch. Schau Rowdy, wir haben den ersten Fisch gefangen. Jetzt bin ich dran, Chuck. Ich werfe die Rute aus. Wow, Chuck! Schau mal, was ich gefangen habe. Ich werfe die Rute aus. Rowdy, ich glaube, da hat schon wieder ein Fisch angebissen. Mal sehen. Hurra! So ein großer Fisch. Wir haben echt Glück. Chuck, wo hast du denn so gut angeln gelernt? Ich bin wieder dran. Ich werfe die Rute aus. Chuck, ich glaube, ich habe schon wieder was gefangen. Sehen wir mal nach. Schau mal, was ich habe, Chuck. Lass uns die Angel wieder einholen. Los! Wir zählen, wie viele Fische wir gefangen haben. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben vier Fische gefangen, Rowdy. Wir hatten einen tollen Fang heute. Lass uns jetzt nach Hause gehen. Das sind Flughafen der Fische, Also, ich habe hier ge overturn. Okay. So. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020